Der Anlach ausgelandt. Den E-Lüften. Nächste Maiden geht die Schilderung auf. Let's have fun. Let's the fun begin. Ich werde mich amusieren, für eine Schiederung, den Allerbesten herauszuholen. Wenn der Anlach kommt, muss er eine Maske nehmen. Die Maske, die soll unter dem Tore gehen, soll er sich heiligartfrei schaffen. In der ersten Phase werden wir noch keinen Wert machen. Das dauert mich nächste Woche. Wir schaffen anschließend ein Rendezvous, das immer nur mit e-Client herbekommen. Und wie gesagt, ich werde in zwei nächsten Wochen provisorisch mein Urheb von 8 Uhr bis 10 Uhr auf das Mal zu der Schiederung drücken. Ich freue mich, ob ihr euch gut glauben wollt. Wichtigste Information. Rendezvous geht anschließend per Web gemacht. Und das ist nicht möglich für mich, auch noch den Telefon nach weiter aufzuheben. Die muss ich von dem System per Web-Rendezvous verwenden. Die wollen gerne, so schnell wie ich ein Rendezvous kriege mit mir, das nächste, was ihr wollt, wenn ihr im Stillsitz, die wollen gerne mich voll aufmerksam machen. Für das ist es wichtig, kann ich garantieren, macht keine Schrift und Rendezvous per Web. See you. See you.